ARD Text im Auftrag von Funk Pardon So Und so Dann packe ich mir einfach hier und hier eine Fackel hin Und dann können wir Cola mehr auch noch ein bisschen Ja, dann gehen wir einfach mal angeln jetzt hier Da habe ich gerade eh nichts besseres zu tun Da hinten wachsen zwar schon wieder Bäume, aber das sind eh nur die, die brauchen wir jetzt eh nicht Von daher kann man auch angeln gehen Und uns eventuell ein wenig Nahrung sichern Loll Was denn das? Übelst geiler Bogen Ja, so viel Glück muss das mal haben Was ziehe ich denn hier an Land, Alter Nicht immer entfernt ist denn das, was ich will Aber übelst gerne Zeug Schade, habe ich nichts erwischt Na komm Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ein Lachs, genau sowas wollte ich Komm, einen kriegen wir noch Aber den Bogen freue ich mich jetzt gerade ja mega Das gefällt mir Na komm Das ist mega anstrengend damit Augen drauf zu gucken auf diesen dunklen Punkt mitten im Wasser Was ist das denn? Eine Wasserflasche Was finde ich mit dem ganzen Zeug, Alter Ich finde hier so viele Schätze gerade Das ist unnormal Ah, Augen tun weh Go, 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 go Ein Rohrfisch, genau, sehr schön So, dann nehmen wir das hier mal weg Dann können wir hier Äh, noch mal eine Kohle reinlegen Dann braten wir uns erstmal den Fisch Dann braten wir uns den Fisch Dann braten wir uns den Fisch Essen den erstmal Und dann braten wir uns das Glas weiter Und das Glas, was wir jetzt bekommen haben, können wir gleich Nehmen, denn uns hat ja noch Glas gefehlt, wer sich daran erinnern kann Wir wollten nämlich Hier ein Zweierfenster draus basteln Und das ist okay so Jetzt sehe ich da drüben gerade eine Menge Holz, das wir uns holen werden Das ist euch ne Menge Holz, okay Das hier fällt mir Oh, was ist das denn? Na nü Okay, dann machen wir das jetzt wirklich zur Monsterform hier Dann werde ich nämlich jetzt an dieser Stelle den Baum da oben lassen, der macht sich gerade sehr gut, weil der kann die Monster auch bei Tags da behalten. Das wird das untere Gestrüpp mal hier abmachen. Dann müssen wir noch ganz kurz eine Tür basteln. Moment. So. Merkt ihr, wie gruselig die Musik schon wird? Jetzt gehe ich mal ganz weit weg. Also theoretisch sollte da jetzt was spawnen. Theoretisch, rein theoretisch. Hm, äh, das ganze Holz auszuhaben können wir mal zu... ...Blöcken machen. Ach, weißt du, was komm ich mach? Ich mach das hausesitz dem Holz hier. Das ist ein bisschen blöd, die Warterei. Welches Holz? Ja, das normale Eichenholz-Sitzer. Schön, dass du wieder da bist, die Wolke. Ich wollte euch ein Birkenholz... Ich wollte euch ein Birkenholzhaus bauen, aber das ist mir zu unsicher hier auf so einer Insel. Da warte ich jetzt lieber nicht und mache lieber erst mal ein Eichenholzhaus. Ich kann da später immer noch ein Birkenholzhaus bauen. Ist richtig. Dann machen wir uns gleich hier drinnen auch mal eine Treppe. So, Moment. Ach, Quatsch. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche einfach alles mal zu treppen. So, komplett. Und da hört man schon, da ist die erste Spinne gespawnt. Ja, ich brauche, alles. Und das Skeletz ist auch gespawnt. Guck mal hier, Spinne. Spawnt. Ah, jetzt sieht sie mich okay. Na komm. Super. Stirb, 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 stirb. Auch das ist Super. Hier liegen sogar noch drei Äpfel drinnen. Was will man denn mehr? Was ist in Zypern? Vier Äpfel. Cool. Ich habe gerade gefischt gehabt. Da habe ich erst mal einen Bogen mit Stärke 3, Unendlichkeit und Flamme rausgezogen. Das heißt, und da ich jetzt einen Pfeil habe, habe ich jetzt auf Deutsch schon unendlich Pfeiler. Lustig. Witzig. Glück muss man haben. Glück muss ich auch mal haben. Ja, ja, ja. Huch. Passiert sowas nie. Scheiß Welt. Ist alles doof. Jetzt haben wir hier auch Weizensamen. Da können wir uns in den Weizensamen jetzt doch endlich ein Feld anlegen. Die Frage machen wir das. Ich glaube, ich werde erst mal... Oder... Ah, das Feld könnte ich natürlich hier hin basteln. Da ich momentan aber keine Erde dabei habe. Oh, das wollte ich nicht. Mist. Das war jetzt so nicht geplant. Das habe ich damals auch auf meinem Kinderbeck zu hören bekommen. Hier haben wir zwei Samen. Und da können wir die jetzt mit Knochenmehl ganz kurz hochzüchten. Und da haben wir vier Samen. Ne. Drei Samen. Ne, noch vier Samen. Genau. Da können wir uns ja vielleicht sogar... Siehst, da können wir sogar schon Brot machen. Das heißt, wir haben ein Brot. Wir haben vier Äpfel. Das läuft doch. Jetzt haben wir mittlerweile schon ein bisschen was zu essen. Löwenzahn habe ich gerade gefunden. Eichensitzige haben wir in brauer Masse noch. Wir haben aber auch noch Holz ganz gut. Also von da aus passt das auch. Dann machen wir uns jetzt einfach mal hier eine Treppe. Ins obere Stockwerke. Es wird ja gar kein obere Stockwerk geben, fällt mir gerade so auf. Das ist jetzt nur eine Treppe zum Basteln. Zum Spielen und Spaß haben. So. Die Jarreu, die Jarreu. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. So. Dann machen wir es jetzt hier. Wir machen ganz schön die Außen. Dach, Konstruktions, Beschreibungsding. Ich weiß, genau so sollte man ein Haus beschreiben. So. Dahin. Da. Da. Wusstet ihr eigentlich, wenn man Doppel-Sneak-Shift drückt, dass man dann im Sneaken rennt? Das habe ich letztes, äh, aus irgendeinem Video hatte ich das gehört. Ich glaube von... Was musst du drücken? Na, wenn du sneakst bei Minecraft. Ja. Und dann nochmal... Ja. Und dann nochmal Sneaken drückst, also zweimal Shift, dann tust du im Sneaken rennen. Geht cool, gell? Ja. Ich will was ausprobieren gerade. Achso, das sieht natürlich doof aus. Wie sieht das aus? Ich will grad mal schauen, ob ich... Oh. Oh. So war das nicht geblend jetzt, ne? Das sieht natürlich auch mega herrlich aus, so mit dem Glasweg so. Okay. So. Jetzt haben wir hier so ne... So halb... Also hier drüben sieht man schon die Wand, ist schon für das erste fertig. Hier drüben ist doch offen. Da hängen die Fenster halb in der Wand drin, ist kein Dach dran, die Tür steht offen. Sieht einfach wunderschön aus. So habe ich mir ein Traumhaus immer gewünscht. Hm. 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 So, dann haben wir hier die Kakt... Teen ab. Ich wollte schon Kaktusse sagen. So. Aber mit der Kaktusse will ich nichts mehr zu tun haben. Kaktusse. So. Und da haben wir unsere Kaktusse auch voll, ne? Super. Super, super. Hier liegt nichts mehr, okay. Ist aber unser Kaktusse. Ist auch nicht schlimm. Ähm. Das tue ich jetzt einfach mal da hin platzieren, weil ich es kann. Und der Mysel ist fertig. Aber den Mysel können wir ja nur mit Behutsamkeit abernten, fällt mir grad auf. Wozu brauche ich dann Mysel? Ach für die Pilze natürlich. Ach ich bin so blöde. Ich muss Pilze züchten. Für alle die das nicht wissen, Pilze wachsen ja normalerweise nur im Dunkeln. Außer man packt sie auf Mysel, dann wachsen sie auch im Hellen. Und dafür brauchen wir Mysel, alles klar. Hast du da so schnell Mysel? Ja, du hast aber am Anfang was geschenkt. Einen Block. Und ich hatte mir schon ein kleines Feld vorbereitet für den Fall, dass ich es mal brauchen könnte. So. Entschuldigung. TNT, Holzspitzhacke, Faden, Eimer haben wir noch. Glühstein haben wir noch, Löwenzahn haben wir. Dann packen wir mal den Löwenzahn jetzt einfach hierher. Als dekorativ hochwertiges Element. So. Und dann müssen wir theoretisch mal wieder runter. Und dann müssen wir weiterfarmeln bis es Nacht ist. Und hör mir den Stein einfach hierher. Ich weiß natürlich auch nicht wie weit das geht mit dem... Hm. Aber ich könnte... Ich hätte eine coole Idee. Das macht zwar an sich jetzt nicht so wirklich Sinn, ist aber... sieht aber gut aus. Und zwar packen wir uns hier Steine ins Wasser. Dann packen wir auf die Steine einfach Sand und dann sieht es aus, ob wir einen Strand hätten. Aber ich habe keinen Sand mehr. Mensch, bist du gerissen, ey. Ne? Das sagt man... Ich habe hier eine Idee, die ist eigentlich sinnlos. Aber ich mach's trotzdem mal. Ey cool, mein Gras ist fast bis runter gewachsen. In die unsersten Ebenen. Ne, gut. Äh. Ne, doch nicht. Okay, gut. Vergessen wir das. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier irgendwas finden. Vielleicht Eisen. Also Eisen wäre jetzt so der Jackpot. Der würde mich richtig freuen. Ich frage mich dann natürlich auch, wie viel Eisen gibt es hier? Können wir das Eisen einfach so verballern, oder? Das wäre vielleicht eine gute Idee. Warte mal. Hier ist eine Ebene, dann ist hier eine Ebene. Ist ja vielleicht eine coole Idee, wenn wir uns einfach hier mal durchbuddeln und mal gucken, wie weit wir überhaupt durchkommen, bevor das Wasser uns ins Gesicht schlägt. Könnt ihr ein brutales Wasser? Ja, das ist, äh, das ist, ähm, das ist, ähm, ja, Wasser. Wasser mit Schlagseite. Beschlagenes Wasser. Das? Hahaha. Bitte erlöst mich von dieser Qual. Das schlechte Witz des Reisens. Schlechtes Witz des Reisens. Fachchinesisch für Deutsche. Was? So etwas gibt es gar nicht. Ich kann mich hier ganz schön weit durchbuddeln. Ich dachte, das ist mal so... Du erzählst ja nur Quatsch. Oder Quark. Und beides mit Soße. Quatsch Quark. Quatsch mal quarkig. Quarkmatsch? Okay, das hat so nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Klingt nicht besonders überraschend, oder? Kennst du, wenn du, jetzt als wenn du bei Call of Duty irgendwie zum Campen gezwungen wirst? Nein, ich habe immer freiwillig gekämmt. Ich renne hier hin, kille ein und auf einmal kommen so viele, dass ich mich nur noch verschanzen kann. Und dann hat das hier alle weggerotzt. Was? Ich habe hier draußen auch noch die Sandzeile. Naja, bis dann... Bis dann dreimal auf mich losgegangen sind, da... Habe ich dann nicht mehr ganz so gut mitgemacht. Hilfe! Äh... Mann, ey, ich hasse, dass wir die von vorne, hinten und... Ich finde es ja sehr gut, dass wir so viele Äpfel mittlerweile haben. Oder jetzt nicht mehr. Also wir hatten gerade viele Äpfel. Ähm... Hier haben wir noch ein bisschen Glas, hier haben wir noch ein bisschen Sand. Ey, da kannst du ja... ganz zu Schneewittchen nachspielen. Ach, Schucke mal. Ey, guck mal. Schucke mal, ey. Ich bin schon mehr Schucke. Tut mir leid, wenn ich hier so in dein Let's Play reinpulle. Ja, mach ruhig, das ist... Die Zuschauer freut das sicher. Machst du einen Spaß? Kennst du hier? Puh... Call of Duty äh... Muss ich meine Emotionen ausleben, sonst... Oh, ich fasse es nicht. Ich hasse es. Emotionen bei Call of Duty, das klingt wie ein schlechter Witz. Hallo, Call of Duty ist Emotionen pur! Warum kommt denn da noch einer? Mann... Ich fühle mich gerade verarscht. Ob einer nicht reicht? Ich mich auch, weißt du?